Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing Video. Diesmal habe ich hier ein ganz kleines Teil. Das ist so ein LED Licht, das man anklipsen kann. Ist von der Firma Dunlop. Wir haben uns das gekauft, wegen dem Spazierengehen mit unserem Hund, wenn wir am Abend mit ihm rausgehen. Damit wir eigentlich sichtbar sind, erstens hier auf der Straße, also vor dem Haus, wenn wir auf der Straße gehen, dass dort die Autos uns sehen und wenn wir hinterhalb vom Haus, da ist Wald und so weiter und auch viele Wildtiere, dass wir dort eben sichtbar sind für die Jäger. Damit da nichts passiert. Denn da kommen auch Jäger hin zum Jagen und so weiter. Aber schauen wir uns das Teil einmal an. Also das ist so ein Dual Mode LED Clip von Dunlop. Das ist einfach nur so ein kleines Teil. Hier ist der Ein-Ausschalter, hat zwei LED Streifen eingebaut, also zwei verschiedene Farben. Das obere ist rot, das untere ist weiß und das Ganze klipst man sich einfach irgendwo an der Kleidung an und kann man aber nicht nur zum Spazierengehen nutzen, sondern ebenso für Laufen, für alle Sportarten, die man draußen macht und so weiter. Aber schauen wir uns das Teil jetzt einfach einmal an. So, das Ganze ist schon offen. Ich denke nicht, oh ja, kann man sogar gleich einschalten. Die Batterie ist natürlich auch dabei, geht ja. Jetzt blinkt die rote Farbe, jetzt leuchtet es dauerhaft, jetzt blinkt die weiße Farbe und jetzt leuchtet weiß dauerhaft. Und so leuchtet rot und weiß abwechselnd und jetzt ist es ganz ausgeschaltet. Auf der Rückseite sieht man, dass das hier einfach so ein Ansteckclips ist. Kann man sich am Gürtel befestigen, kann man irgendwo auf einer Tasche oder irgendwo befestigen. Zum Beispiel, wenn ich das... Also bei dünnen Kleidungsstücken hat man eigentlich natürlich einen Vorteil. Aber wie man sieht, jetzt ist rot eingeschaltet. Eingeschaltet. Weiß. Und jetzt abwechselnd. Und jetzt wieder ausgeschaltet. Also eigentlich ein ganz einfaches Tool, beziehungsweise ganz einfaches Teil, ein technisches Teil. Aber damit erhöht man auf jeden Fall am Abend zum einen die Sicherheit, also die Sichtbarkeit und die Sicherheit. Und gerade wenn man zum Beispiel eben mit dem Hund auf der Straße oder am Waldrand spazieren geht, dann ist es am Abend sicher empfehlenswert, wenn man sich da sichtbar, bemerkbar macht, damit der Jäger nicht aus Versehen abknallt. Kommt durchaus vor. Also so spaßig ist das nicht. Die Jäger bei so Treibjagten schießen sich ja oft auch gegenseitig an. Und da ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man so ein kleines Teil hat. Wie gesagt, von der Firma Dunlop, bekannte Firma, macht auch Fahrradreifen, Autoreifen und so weiter. Also die sind da schon mit Erfahrung ausgestattet. Eine sehr gute, von der Qualität her sehr gute Firma. Und ja, eigentlich ein ganz kleines, simples Teil und trotzdem erhöht es damit die Sicherheit. Hier nochmal die Funktionen. Rot blinkend, rot leuchtend, weiß blinkend, weiß leuchtend und rot-weiß blinkend abwechselnd. Und dann wieder ausgeschaltet. So, ganz einfach und ist wirklich gut für Outdoor-Aktivitäten, wie Spazierengehen, sportliche Aktivitäten und so weiter, damit man sich in der Dunkelheit sichtbar und bemerkbar macht. Und natürlich die Sicherheit erhöht. So, ich hoffe das kleine Video hat euch gefallen, das Teil hat euch gefallen. Link unterhalb in der Videobeschreibung. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video.